Hallo meine Lieben bei El Kitchen Jenner 2022. Heute habe ich eine gemischte Fischplatte zubereitet. Zutaten findet ihr in der Infobox. Die Zubereitung wie immer in einem kurzen Videoclip. An der Stelle danke fürs dabei sein, viel Spaß beim Nachmachen und würde mich über weitere Abonnenten Likes sehr freuen. Bis demnächst auf weitere Rezepte. Die Zubereitung, die Zubereitung, die Zubereitung, die Zubereitung, die Zubereitung und die Zubereitung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren, Like, Fakums und dann auch mal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020